Aufruf, damit es jetzt hier weitergeht von der Fight Factory. Wir rufen auf Fuhral Media. So, das ist aus Fulda. Fuhral Media. Auch ihr habt schon zweimal hier in Offenbach gekämpft. Willkommen hier bei uns, Fuhral Bilgier. 26 Jahre jung, heute beim Wiegen 80 Kilogramm schwer und er bestreitet hier seinen sechsten Kampf. Und jetzt freue ich mich auf seinen Gegner. Er kommt aus Frankfurt, er trainiert im Challenge Club Sachsenhausen. Wir rufen in die rote, in die blaue Ecke, selbstverständlich. Wir rufen Dennis Pischke. Wir rufen in die rote, in die rote, in die rote. Das Tischke mit seinem Coach im Dring. So, mit seinem Coach Manuel Moreno. Jetzt geht auch das Mikrofon wieder. Kampfdauer hier 3x3 Minuten. Dennis Tischke heute beim Wiegen 84 Kilogramm schwer, 32 Jahre alt und er hat ebenfalls drei Kämpfe. Und anschließend noch Sie sehen. 5. 6. 8. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 15. 15. 16. 16. Abwechslung! Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich. Jetzt! Jetzt! Spiegelung! Jetzt! 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 Dann! Jetzt! Jetzt! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Das ist ein Abel, das ist ein Abel, das ist ein Abel. Toller Kampf bis jetzt. Und jetzt wieder Chantal. Auch nicht schlecht. Mischa, 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 hier, Mischa. So, Seconds Out und Ring frei zur zweiten Runde. Runde 2. Runde 2. Runde 2. Runde 2. Runde 2. Runde 3. 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 Das war's, das war's. Das war's für heute. Das war's, das war's! Applaus Wir müssen gar nicht! Nein, wir müssen gar nicht! 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 Jetzt! ZEIN! Ende der zweiten Runde. Applaus hier für beide Kämpfer. Klasse Kampf bis jetzt! Und da ist sie wieder, die Daniela. Vom Platino in Frankfurt. Ja, Franco, zeig mal wie's geht! Jawoll! Falsch runter! Bravo! Franco ist außer an der Wand. Ich bin aus dem Schulz! So, Seconds out! Ringfrei zur dritten und letzten Runde. So, auf geht's! Feuer die Kämpfer nochmal! Applaus nochmal! Letzte Runde jetzt hier! Jawoll! So kämen wir euch! Aus gutes! shred бабами. Ich kann's jetzt! Wär es, ich kann natürlich! schwache um die Männchen! Das stimmt! Take a move, take a move! Take a move, take a move! Take a move, take a move! Take a move, baby! Take a move, stay focused, stay focused! Take a move, stay focused! Stay focused! Don't let them get you in your head! Take a move! Take a move! Take a move! Take a move, 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 take a move!